Habt ihr auch Schutzgezahlen? Nein. Ah, oh. Wegen Meck. Ja, ich glaub, ich hab ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er hat Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt hab ich ein Okay. Das tut mir echt leid. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketti. Ne Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich nächstes Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Oh. Das ist echt kacke, Mann. Aber ich kann da auch nichts machen. Was ist jetzt mit dir? Snap. Auf zu kochen und gewinne meinen scheiß Eintopf. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm drei Portionen. Oh, wie nett. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar. Heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Ja. Kann ich mir jeden Tag jetzt drei Eintopf holen? Wenn ich will. Wenn ich Zeit hab. Bringt eh nicht so viel, der Scheiß. So, jetzt lernen wir doch mal kurz noch diese Schlösser öffnen, Kacke. Dann krieg ich für Fingerstar auch ein gutes Wort eingelegt. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen. Hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Du würdest nichts tun, würde ich bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns war. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Ja, sehr gut. Wieder einer weniger. Wo ist jetzt eigentlich mein bester Freund? Ich meine, der rennt doch hier auch irgendwo rum, oder? Ah, ich könnte ja mal mit Kogu kämpfen. Ich glaube, den kann ich schon besiegen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich soll kurz was essen. Und zwar, wie viel bringt denn der Eintopf? Fleischschwanzenragoo? Ist das der? Mein Kohlensuppe. Kann ich eigentlich auch irgendwo selber kochen? Wie? Keine Ahnung. 26, aber ich glaube, das brauchen wir irgendwann noch. Boah, Alter, die Hallkräuter bringen 30. Pur zumindest, die kann man vielleicht noch mischen. Wir können ja ein Brot und einen Apfel. Oh nein, die Apfel brauchen... Verdammt nochmal! Ah, ich kann jetzt zum Glück laden. Die Apfel brauche ich doch noch für Balorodo, wie der heißt. Diese komischen Trauben will der bestimmt nicht. Ich fresse einfach zwei so hässliche Trauben, also das ist erledigt. So. Oh nein, das habe ich doch gespeichert. Ich wollte doch gar nicht speichern. Mann, nichts klappt hier. Kogu. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Ja. Karin, du stehst da voll im Weg. Oder wartet mal. Ich mache, glaube ich, einen kurzen Cut und versuche das mit dem Blutding auch nochmal rein hinzukriegen. Sieht nämlich dann viel cooler aus. Okay, bis gleich. Bis gleich.